Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 450 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.